Bei Toren, den dritten, wollten Sie wohl gar nicht machen? Ja, der jemand war lange verletzt und wir sind außerhalb vom Platz, gute Freunde und da habe ich ihm den Ball gegeben, dass er auch ein bisschen Selbstvertrauen tankt und das ist wichtig für die Mannschaft und für ihn und für uns alle.